Hier noch Steel. Steel haben wir unten. Zack. Dann haben wir jetzt auch noch Platz für den Steel Block. Block of Steel. Zack. Dann haben wir hier unser Steel Teil. Da haben wir das. Und da und da. So. Drum. Empty. Schön. Nicht in den Recycler sondern da rein. 2000. Juju Meta. Und das. Okay das funktioniert nicht. Aber. Woher kommst du denn plötzlich hin? Okay also die Detektiv-Torten machen überhaupt nicht schön. Äh. So. Oben. Das ist auch fertig. Das ist auch fast fertig. Dann kann ich ja jetzt hier mal. Mal gucken was das ergibt. Dieses Diamond. Und ich müsste eigentlich mal nochmal zurück in den Nether. Denn da waren noch Sachen von mir. Und dann sollte ich einmal meinen Rucksack ausräumen. Na. Fünf Stück. Das ist mal gar nicht so schlecht. Kann ich sagen. Komm hier wieder hin. So. Rucksack. Der Schad. Nether Quads. Silver Nugget. Wozu habe ich Silver Nuggets dabei? Lapslazuli. Zack. 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 Das kommt hier rein. Weg. Da. Mit. Jetzt habe ich hier noch drei Lava Buckets. Habe ich auch nicht im Moment. So. Was habe ich noch? Glowstone. Salpeter. Gunpowder. Redstone. Das kann ich noch rein. Nein. Oder auch nicht. Da passt nicht mehr rein. Gunpowder. Habe ich dann. Salpeter. Da habe ich da drinne. Also. Da ist ziemlich viel Zeug drinne. Muss ich sagen. Hm. Zack. Gunpowder. Nein. Kaffee. Das brauche ich noch. Sulfur und Sulfardust. Wieso gibt es da einen Unterschied? I don't know. Das ist mein Copperdust. Wieso ist hier nichts mehr drinne? Der Sound war richtig? Das ist mein Topf. Zack. Zack. So. Komm. Hol noch was aus dem Nether. ist der jetzt immer weniger dabei hier, ist immer immer besser Hallo? Können die nicht ein bisschen mich aufpacken? Das ist vielleicht etwas gefährlich hier zu sein Erstmal das Ding wieder anmachen Nitro Shreep Oookay Also erstmal das Schwert nehmen Dann hier reingucken, zack Das kommt mit Und Ab nach unten Ab, wieder weg Ab, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir Bevor noch irgendjemand Dir zugute kommt Ups Draußen So Wir haben kein Eisen gefunden Sehe ich das gerade richtig? Wir haben wirklich kein Eisen Ne Ne, das sind wieder so viele Das ist Sulfur Dann gibt es noch Slats Was haben wir denn hier alles wirklich dabei? Stone 2 Buckets Die Buckets können weg Genau Wieder Dirt Und der Rug Dirt weg So einmal kurz Das wegnehmen So Und hier rein Zack 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 Nein Die Fünf Buckets kommen woanders rein Hallo Hallo Da Fünf Buckets Alt Fünf 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 B-Fünf Weehen Sonderweil Scheiße Irgendwie Iron machen Iron ingot Okay, now it's iron nugget Okay So, shopless crafting Mitchell light Eh, nein Fehlt hier noch was Okay, da geht's auch nicht Auch nicht Was sind das für die Credits? So Ist auch klar Da Iron ingot Iron ingot Iron dust Iron ingot Iron Iron Nein, nein. Okay, schade. Geht wirklich nichts. So, du hast bestimmt jetzt wieder schon ausgesorgt. Ja, kann ich eigentlich direkt auch da reinwerfen. Brauche ich nicht einfach. Brauche ich nicht. Elite Ore, Coal, Ferris Ore. Ich glaube, ich sollte mir Ironen machen. Ironen ist. Haben wir nicht mehr viel. Haben wir wirklich nicht mehr viel. Kuffer bekommen jetzt noch ein Stuck. Aber das war's. Was ich noch machen kann in der Zwischenzeit, die ist... Hallo. Lauf nach links. Ich hole mir noch eine schöne Tree Trap. Eine. Bitte nur. Es kommt wieder zurück. Ich habe wirklich zu viel dabei. Viel, zu viel. Was machst du denn da? So sollst du stehen. Du sollst die Angreifer abwehren. Und hier auch eigentlich. Activated. Na. Da ist was Schönes. Hier ist was Schönes. Hier ist was Schönes. Da oben ist was Schönes. Da auch. Der hat nichts. Und der hat auch nichts. Okay. Neun Stück. Ja. Kommen wir 27. Zeugs raus. Wir haben doch bestimmt irgendwo noch ein bisschen Mitchell Light. Okay. So viel haben wir vielleicht nicht. Sieben Stück haben wir nur noch. Das ist nicht viel. Gar nicht viel. Schade. Dabei ich wollen haben. So viel mehr. Nichts Leid. Ja. Sieben das Stück. So. Achso. Ja toll. So ist es mir schön zu wissen. Zu wenig drin ist. Hier habe ich noch was. Ja. Scrap. Oh mein Gott. Ist das viel. Was ich hier einfach nur. Habe. Zack. Zehn Stück. Komm da rein. Ich glaube ich könnte hier für mal. Nein. Transformer Upgrade. Wäre zu heftig. Century Flüge. Kann noch ein bisschen. Bauox. Äh. Claydust verarbeiten. Zack. Tja. Tja.